Habt ihr Bock auf ein richtiges Battle? Mit richtigen Rappern? Haben wir zwei richtige Rapper, die sich trauen zu battlen? Ja, hier! Eins, zwei! Kennt jemand GBC aus der Brücken, Alter? Ich will ihn, ich will ihn! Du willst, geh ihn! Na los! Komm, gleich hier rüber, du musst dich auslusten! So ist Atze! Nimm die starke Hand! So, ich bin auf deiner Seite, ich weiß nicht warum, aber ich bin gewichtstechnisch einfach mal für den Underdog, aber ich denke, du hast es trotzdem drauf, oder? Willst du dich kurz vorstellen? Aktiv! Macht mal Lärm, werdet aktiv! Wo kommst du her? Neubrandenburg, Alter! Da bin ich schon mal aufgetreten, Alter! Geile Stadt, viele Plattenbauten, trotzdem geil! Und du darfst es sich selber vorstellen? Ja, mein Name ist GBC aus der Brücken, vielleicht kennt mich ja jemand! Okay! Ich würde vorschlagen, wir machen Schlagabtausch, vier Takte gegen vier Takte auf Beat, ja? Und danach eine Runde Schach! Zwei Minuten! Okay! Wollt ihr ausknobeln, wer anfängt? Schnick, schnack, schnock oder so? Für die, die es nicht gesehen haben, er hat eine Schere gemacht, ja? Er hat so gemacht, das bedeutet entweder, nein, lass mich, ich trau mich nicht, oder bei Steinschere, Papier, Papier, äh, Schere schneidet Papier durch, du hast also schon mal verloren, ja, er darf aussuchen, wer fängt an? Du fängst an, alles klar! Dynatic, haben wir ein Beat? Juuuut! Stoppuhr wird rausgeholt! Alter! Sechs Nachrichten, auch geil! Kann man jemand Soulrock fragen, Alter? Soulrock muss irgendwo hier auf dem Gelände sein, der will irgendwas Wichtiges, Alter! So! Alles klar, perfektes Timing! So, mache die Stoppuhr an! Gebe dir ein Mikrofon! Also, vier Takte, ihr könnt zählen! Ja! Alle Klärchen, dann würde ich sagen, Dynatic, spin that shit! Hier! Ah! Ah! Hier! Okay! Dynatic, siehst du meine Hut? Ich bin mit den Daumen gewesen! Nach dem Battle kann der Software hier nach Hause gehen! Und du weißt, ich bin Daumen geblieben! Guck mal hier, wie die überhaupt mich lieben, ah! Ich bin unbattlebar! Niemand fickt den Master, dein Style ist ausgelutzt, so wie Schorsch macht mit deinen Arm da! Joa, ey, und ich weiß nicht, wie's weitergeht! AKTV, Alter, ich bringe hier, das ist heiße, es dreht! Also, in der nächsten Runde bummst ich dich richtig! Vier Takte sind schon weg, aber ist auch egal, ey! Ja, okay, ah! Lick hat grad gesagt, Dicke, ich trau mich nicht! Wenn ich das Battle verliere, dann hau ich dich! Guck dich an, du bist ein bisschen wie Marvin! Und ich setz deinen Box an deinen Schlag hin! Ey, willst du mich schlagen, musst du mal die ganze Kraut erst nachfragen! Denn jeder hier kennt mich! Ich bin aktiv! Du ne kleine Bitch und ich ficke dich! Richtig! Richtig! Und weiß nicht genau! Hört man mich überhaupt, Alter? Bin ich zu laut oder zu leise? Weiß ich nicht! AKTV, Alter, ich glaub, ich pick mich hier grade richtig! Okay, ja! Ich mach Tracks mit Yoshi und diesem Bosker! Aber eins werd ich euch sagen, dieser Typ ist ein Opfer! Und ich weiß, ihr könnt den alle nicht feiern! Hier bei mir wisst ihr nur noch am Geiern! Dass ich der Beste bin, ist wohl nicht zu bestreiten, Alter! Und bald bin ich so bekannt wie die Potze deiner Freundin! So sieht das aus! AKTV, schick dich jetzt nach Haus und du warst morgenblau! Weiß ich nicht! Ja! Scheiße, Mann! Das war jetzt zweimal zu! Dieser Typ kann ich bis 14! Das ist mach, Digga! Kannst du diesen Beat sehen? Das ist da necke GBC, ist da Mike und du weißt jetzt Bescheid! Das ist meine Zeit! Piatsch! Yo, yo, yo! Was das bringt? Wir haben noch einen, Alter! Du bist ganz schön fett! Gib die Tee! Geh mal bitte rap! Denn dein Drag-Rap will hier keiner hören! Das ist aussagelos! Die gestörte Kinder von dein... Weiß ich nicht! Mir fällt nicht mal ein Rhein-Main! Gib das Mikro wieder her! Verdammt! Okay, er hat schon mal den Trostpreis gewonnen! Das ist ein Metronom! Okay, wir werden keine Abstimmung machen! Er hat gewonnen! Es tut mir leid! Moment! Moment! Fürs Protokoll! Wer wäre dafür gewesen... Oh! Wer wäre dafür gewesen, dass aktiv gewonnen hat? Jo, jo, jo! Gut! Und wer ist nun offiziell dafür, dass GBC gewonnen hat? Yeah! Hier gibt's nämlich noch Regeln! Du gewinnst ein Bier aus der Hand von Pailerman! Applaus! Für die Gewinner GBC!